und willkommen zum neuen part beziehungsweise zu einem neuen unboxing auf meinem kanal heute geht es um heute ganz gut eben um don't come country returns 3d und nicht nur das sommern auch selects nintendo selects ja heute an boxen wir don't come country returns 3d für den 3ds ich hoffe ihr freut euch drauf ich freue mich auch sehr drauf und jetzt geht es auch los wir packen das geile spiel aus oh mein gott ich habe ich sehr drauf gewollt ich konnte gar nicht mehr abwarten ich konnte gar nicht mehr warten leute es überhaupt nicht mehr wirklich nicht gar nicht überhaupt nicht mehr aber was soll's los geht's wie packen das spiel aus ich bin sehr gehalten auf jeden fall hier einmal rum da ist dumm ja hier genau hier ist die lasche ja jetzt haben wir es jetzt haben was soll ich sobsalat passiert mal als gut auf gott das klemmt leute aber was soll's ja gut ich wollte mich nicht ja ich wollte mir nicht dass bei altmodischen weise auspacken ich will nämlich das ja modern auspacken die das ist nämlich modern hier wo hier hier geht lasche hier ist die lasche drum durm der truen drum compte und da hier so rum genau das war schwierig passiert mal alles gut okay schlecht okay es war echt ein bisschen schwierig aber was soll es was ausgepackt haben was ja sehr gut damals ist gut spiel damals gutes spiel oh mein gott das ist echt gut und jetzt läd ich erst mal vor was drauf steht hier am besten so dass am nächsten sie deswegen deckel hier so ein pappbücher vor und dann so oder ja fokussieren genau perfekt ja hat man immer tropen tropen taubel unterwegs genau okay der spiel spaß von don't come country gespart mit jeder menge verrückte neue momente bilde im modus lokales spiel ein team oder kunde das gesamte spiel zusammen mit einem freund oder auch einer freundin naja wenn man eigentlich eine bekannte hat eine bekannte frau oder bekannten mann kann man mit den spiel wie gesagt das ist einfacher besagt so hier ist noch was gucksela gott deshalb ist wirklich oder was soll es kommt nein ok springe springe renne und rolle über die donkong insel auf der suche nach donkongs heißt geliebten bananen ok gut das habt ihr verstanden ok sehr gut also auch ohne hält auch ohne schlecht gut ohne ein pappdecker pappdecker dettel ok dann geht es los mit den aus aus außenbereich ich meine im bereich wer müsste das außenbereich erkundschaftet und packen als jetzt oder öffnet auch jetzt auch eine hand das schwierig jetzt ok geschafft ok geschafft sehr gut so sieht es aus soll das es sieht halt genauso aus wie auch glaube ich jedenfalls in der normalen komischen kann für returns 3d box aber hierbei der ternose lex vielleicht oder auch was zu ändern vielleicht ich denke schon dass sie unten was ja was anderes ist weil vorgab auch nach dem nintendo code und früher gab auch noch nicht im jahr 2013 hat man noch nicht pokémon weil ich sehe ich sehe ganz unten schon hier pokémon ein pokémon von pokémon deswegen na gut siehst du dass das gab es noch nicht das gab es tatsächlich so sachen gucken wir mal herum hier gucken wir mal herum genau animal crossing new leaf willkommen ja das kommt nämlich auch tatsächlich auch selects auch für die selects raus also das spiel kommt genauso wie dann kommen kann für returns und auch wieder mario maker für nintendo gerade ist auch genau so wie ich es gerade gezeigt habe auch auf nintendo selects heraus also die drei spiele kommen für nintendo selects heraus ich habe mir aber nur donkey kong country returns gekauft ich kaufe mir glaube ich irgendwann auch noch mal animal crossing new leaf willkommen amiibo weil ich noch eine zwei stadt machen möchte und dann werde ich auch denke ich mal das spiel mit uns spielen also dann werde ich auch unboxen und auch ja jetzt bei das spiel dann willkommen amiibo genau ok pikmin ist auch hier ganz viel sachen gibt es hier nicht über mario bus 32 super mario bus 2 gibt es auch hier ok um hier ist auch meine party die top 100 machen so werbung auch für mario party die top 100 das ist nicht gut das nicht echt krass was ich einmal liebe spiel ist auf jeden fall das place war gerade super mario 3d land und mario kart 7 ja ja und johan wotsch genau hier kommt aber übrigens wenn ich wusste es kommt ja auch bei einem neuen koffer raus in september joko wotsch bluestart oder wie es heißt joko wotsch bluestars das kommt auch dann raus und das glaube ich jedenfalls auch das plate also kunde euch auch drauf freuen ok ja das andere ist wie gesagt hier nur habe und beschreibung wie gesagt nichts wichtiges jetzt das war das einzige und hier noch ich hab von sowas weiter geht schon wenn wir ja ja geht schon dann gucken wir immer hier so was hier so ist was das hier ist das ist wie gesagt die karte von song country wird hören 3d kompost ihre erstmal ein shit 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 was soll's so was hier bitte ja genau wo ist jetzt wo geht sie rein bitte wird nichts mehr was egal oder egal oder bestimmt ja es geht oder ist egal das ist wie gesagt die karte wird jetzt hier von 3d noch mal das wie gesagt die ja für die hier ja gut das war es dann mit diesem unboxing auf meiner kanal ich habe es echt nicht mit absicht auf zehn minuten gestreckt war echt nicht ich weiß echt nicht ich habe echt nicht mit absicht gemacht okay wie gesagt das war es damit doch schon kontinuern select unboxing selbstverständlich kommen auch ein display davon also freut euch unfassbar drauf auf ein neues jahr konsolenspiel für den 3d ist freut euch einfach drauf weil bald spielen wir das jaja bald sehr bald bis nächstes mal jetzt sage ich schau und auch zu dir schau servus bis zum nächsten mal was geht ab bei euch und ich denke mal es geht alles gut bei euch ab jetzt aber goodbye